Die Privatklinik Villa im Park hat einen Grossteil ihrer Infrastruktur erweitert und renoviert, um effizienteste medizinische Abläufe und eine noch höhere Qualität zu bieten. Wir haben im neuen Erweiterungsbau der Klinik eine komplette Hightech-Medizin-Infrastruktur, 28 Patientenzimmer, Arztpraxen, einen grosszügigen Empfangs- und Loungebereich, ein Restaurant sowie ein Parking. Die Klinik gehört zu Swiss Medical Network. Somit haben die Ärzte die Möglichkeit, mit anderen Ärzten Kompetenzzentren und Kliniken in Kontakt zu treten und Synergien zu nutzen, um eine optimale Betreuung ihr Patienten zu gewährleisten. Auch der direkte Kontakt zur Klinikleitung ist gewährleistet. Unsere neue medizinische Infrastruktur ist auf dem höchsten Stand und bietet ein professionelles Arbeitsumfeld mit den neuesten Technologien in Gynäkologie und Geburtshilfe, Urologie und Orthopädie. Die Operationszeiten sind flexibel und schliessen auch Wochenenden und Nacht ein. Zusätzliche Möglichkeiten bietet das neue Ambulatorium mit einem Laborservice vor Ort. Unsere Patientinnen und Patienten können Zimmer und Gastronomie in Fünf-Sterne-Hotel-Standard genießen sowie einen individuellen Service. Ärzten werden ideale Rahmenbedingungen geboten. So können zum Beispiel Anästhesisten in der Nähe schlafen, um auch in der Nacht anwesend zu sein. Um ihre unabhängige Arztpraxis zu unterstützen, bieten wir ein Marketingpaket an. Dieses beinhaltet die Organisation von Veranstaltungen, die Online-Präsenz auf Webseiten und in den Social Media sowie Unterstützung bei Kommunikations- und Marketingaktivitäten. Ebenso haben sie Zugang zur medizinischen Koordinationsgruppe und die Möglichkeit, sich in den anderen Kliniken der Gruppe akkreditieren zu lassen. Im Namen des gesamten Klinikteams freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.